Musik 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 Hallo Neville, herzlich willkommen zu Mario Upsalab Ups Ja so, hallo Mit mir, dem Maddin und Max Haben wir dabei? Ja, also hi Das Gestalt lassen wir erstmal weg Martin, Vorschau aktivieren, alles hier Naja, wir spielen heute mal eine Runde Mario Kart 8 zwar nicht online, aber wir spielen heute mit Team, ja gut, Max, wir sind eh zu zweit und wir sind beide Teams und ja, wir sind echt cool EMAG spielen Und wir spielen 200er CCM, weil Max wollte unbedingt mit Team und ich hab gedacht, aber man muss mal 200er CCM EMAG Dann spielen wir noch eine Runde online Wir sind halt nötig, absolut Ja Ja Okay, nächstes Mal nämlich nicht diese Reifen Ey, mit dem Kack musst du mit dem Kacken spülen Mit dem Kacken spülen Mit dem Kacken spülen Ja Komm, damit Ich spiel' Baller Junior Ich bin den Kacken spülen Ich spiel' 200er CCM mit dem Joy-Cons Das ist verdammte Herausforderung, Alter Da, mit dem Joy-Cons hab' ich es geschafft Ja, mit dem Joy-Cons hab' ich es geschafft Ja, mit dem Joy-Cons Ja, mit dem Joy-Cons Ja, mit dem Joy-Cons Ja, mit dem Joy-Cons Ja, kannst nicht Ich bin grad in der Aufnahme Drei Max, du musst weiter spielen Drei Max 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 was ist das was ist das wirklich kein gar nicht mal machen wir mit unbedingt du hast es geschafft und noch handy am link hat das ist nicht alter jetzt kommt jetzt kommt die mpc polizei 12 da ich schaff das ja wenn ich darf ich wollte ja mal gucken wie du fährst du warst ja bei mir noch nicht dabei wie ein behinderter mario kart ja gta style wo musst du fahren fährst du autobahn nach fahrrad nach fahrrad ablänge auf den meckes warum zum ficken ist der kopf alleine gefahren warum darfst du mit dem nach meckes fahren und ich muss weil er nichts zu futtern hat und ich krieg nichts ich bin auch mit dem tristan gefahren hoopen ich weiß jetzt gar nicht wie du fahren darf ich weiß jetzt gar nicht wie du fahren darf komm mal hier ich brauch nur drifte fahr mal ohne einfach drifte alleine ja ich brauch nur drifte um lenken mach auch mal versuch mal guck mal das ist voll der cheater ey ich brauch nichts mehr machen ich hab schon immer und activated leider hier das ist voll der cheater trick nice ich hab keinen bock mehr ich hab keinen bock mehr ich hab keinen bock mehr sind wir in der fahrprüfung hab keinen bock mehr nach autoschreibung ne leute nicht mal bei facecam und extra auf unsere ey nico die kamer da aufstehen weißt du so ich kann jetzt einfach ununterbrochen den hier machen guck mal ich fahr freihändig ich fahr nicht wie pikmit fährt also wir müssen ja auch ein eigenbuch dran machen ich mach jetzt voll extra rein guck mal hier wenn ihr das lehnen könnt ich glaub wir machen online mal mit facecam mag wir müssen online weg mit facecam machen ja ja wir machen ich hab mit einer hand und sonst nix ja 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 l Ich bin erster. Ich bin erster. Oh, Heddy, wuhu! Ich bin Heddy mit der Banane. Nein! Nein! Arschloch! Nein! Du hast ja auch einen. Das ist nur bei der Tolle. Ich muss nicht ... Ah! Dieser Lüge! Schicksal, den füllen. Ich bin ein Patentum, das ist nicht ... Aber was? Komme an ... Oh, diese Ahelen in der Hüren. Ey, der Geist ... Du ... was ist denn der Hülle? Was soll ich denn tun, in die Hülle? Also ... nein alles geschieht nein Alter, ich geb Baby Mario, was will ich? Olaf und wenn du da kommst, aus dem Tuner, Mann. Alter, Alter, der hat ja einen Fútball in den. Ja! Oh, sorry, danke. Wie ist denn geschloss? Facky, ey! Wie fährst du da? Was? Bin besoffen, ey! Wieso? Toadette, du Fiezer. Mal gucken, wie ich nachher mitfahre. Toadette, du f... Okay, okay. Du, wir wollen ja nix hier... Fadze! Was ist gesagt, Kollege. Toadette, pfff! Wie gedacht, von EA fand ich Need for Speed in Ordnung. Und, wo ich mich am meisten gefreut habe, Star Wars Battlefront 2. Wie spät ist denn da eigentlich? Komm mal. Alles klar, ich hab Zeitprozenten, das ist jetzt in Versuch. Passt du halt. Die Strecke ist scheiße, die hab ich mit 200-Titel gespielt. Jetzt. Du musst ja 200-Titel-Titel-Titel-Titel-Titel-Titel-Titel-Titel. Ich... Bei dir kannst du nicht mal bremsen! Ich kann nicht bremsen! Wo ist die Bremse? Beim Autobahn. Wo ist die Bremse? In der Mitte! LOL! Boah! 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 Oh! Nein! Get on my level! Ey! Was? Wer hat mir den Scheiß gesniggelt? Ja! Ich bin echt nicht in der DIN! Ey! Da wurde ein Panzer vor mir vorbei! What?! Oh! Scheiß nicht vorne! Boah! Ich bin mal frogen, ob mein Fettkarten... Ja! Ey! 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 Der hat auch mal los! Ich bin mal los! Ich bin mal los! Ich bin mal los! Ich bin mal los! Get on my level, Kevin! Nein! Get on my level! Dammit! Nakito! Ja! Ja! Donkey Kong! Ich bin mal los! Scheiße drauf! Ja! Der ist allerdings von mir! Ich schätze dich! Aber... ... ... ... ... ... ... Ja! Kevin! Deshalb war der auch von mir! Viel Gruß! Ey! Ja! Kevin! Was? Was? Wie meins? Heeehh! Heeeeh! 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 Banana! Redel! Ne! Ich kann ihn nicht mehr! Hehehe! Hehehe! Hehehehe! Ich war voll hin! Nein, ich kann nicht! Immer wenn ich ihn aufnehmen, kommt irgendeiner rein, das kann nicht mal wahr sein hier. Habe ich denn nie mal in der Ruhe hier? Das kann nicht wahr sein. Mein Gott, ich hab letztens, wenn ich aufnehme, klebe ich einen Zettel an der Tür, ne? Da kommt trotzdem wieder rein. Das hast du jetzt gesagt. Was hab ich gesagt? Deine Lieblings, meine Lieblings. Oh nein! Die musste ich auch in 224. Ich halte den Controller schief. Der macht nach rechts, nach links, nach links. Das ist für ein Scheiß. Nein! Kevin, nein! Nein, Iggy! Iggy! Scheiß, Scheiß, Scheiß! Prost! Mit dem Stern! Als ich hinbekomme! Alter! Hast du Motion Control? Ganz ehrlich? Ja! 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 Nein! Scheiße, verdammt ne! Nein! верс. Meinser die Werbung, wiedergeben die Westerung und guck, guck! Okay, okay! Verhebnet! Ich wollte den Kürk... Ich hatte gerade einen Pilz! Ich wollte den König killen! Ich hatte gerade einen Pilz! Ich wollte den König killen! Ich hatte gerade einen Pilz! Ja, tut mir leid, dass du noch aufgelöst bist, da kann ich aber auch nicht. Ist lecker! Ja, ohne Pisse schmeckt nicht mehr heimachen! Warum da vorne?! Was ist denn für Dreck hier?! Ich bin ja da! Echt nicht! Jetzt doch mal! Den hab ich getroffen! Das sind eure besten Antworten immer! Sollen wir, äh... Sollen wir was spielen? Ja! Was willst du spielen? Ja! Was willst du essen? Ja! Wen hab ich getroffen? Ja! Ja! Was willst du davon? Ja! Ich... 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 Ich fühl mich hier gerade, wie ein Kevin so abgezogen werde! Buh, du Arsch! Du F***gott! Ja, umdreht! Ja, kann die Waren! Ich bin voll Spaß hier noch reingekommen! Toilette! Du willst deinen eigenen Teammate brutzeln! Toilette! Ja, das ist rot! Ja, das ist rot! Nee, das ist kein Teammate! Ich hab die ganze Toilette versammelt in meinem Teammate! Ich mach schon mal, ob ich einen wirklich Toilette gebrötet habe! Ey, 222! Also hätten wir dann 666! Dann hätte ich aber gebrüllte ihr! Hehehehe! Und an dieser Stelle, wir haben gewonnen! Wir sind die Champions of the World! His name is John Cena! Detailant! Neustadt zu sein! Ich bedanke mich für's Zuschauen! Wir sehen uns gleich zum... Online-Mode! Bis gleich! Oh! Hallo! Hallo! Willkommen zu Mario Kart... Willkommen wieder zurück zu Mario Kart 8 Online! Mit mir die Meinung dabei haben wir ja Zwischengäste! Hallo! Hallo! Von der anderen Seite! Hi! Und wir spielen Mario Kart 8 Online! Ja! Willkommen! Ja! Max hat den kleinen Fehnadi, den wir gemacht haben! Wir können auch auf Instagram mitverfolgen! Fehnadi! Wow! Hauptsache, in dem wir ein... Ich hab keinen... Fehnadi, by the way! Und wir spielen mal wieder Online noch unter, Alter! Weil anders ist so gefehlt, aber wir spielen sich in der Club sogar wahrscheinlich! Und ich... Ich kann nicht sehen, was ich heute mich schaffe! Ich bin jetzt so zufrieden! Überraschungsritte! Hey, man pisse dich! Irgendwie! Wo ist es? Wo ist es? Wo ist es? Wo ist es? Eier Pilzen! Wie gesagt, ich kann nicht sehen, was ich heute sag! Die sind nicht gerade oben hinten! Alter! Komm! Ich bin scheiße! Boah, jetzt weiter! Und jetzt weiter! Fehnadi! Nein! Fehnadi! What?! Das ist wirklich einiger von Spreis! Boah! Alter! Wir haben zu wenig ein Echt gehört! Ja! Die sind nicht mehr von Spreis! Was ist denn da? Was ist denn da? Das ist so süßig! Oh, wunderbar! Da! Da! Und... Überraschung! Spreis! Und da! Neuuuut! Ja! Und da war der Spreis! Guck mal! Ja! Was? Ich dachte, was ist das? 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 Bro! Tricky! Komm mal! Komm mal! Komm mal! Das geht's nicht! Das geht's nicht! Ja! Oh Gott, mein Gott! Oh Gott, mein Gott! Oh Gott, mein Gott! Auch wenn ich den Platz auf den 11. Platz geschickt habe. Aber auch schon. Ich bin's weiter! Ja! Nicht wiederkommen! Ja! Und die Kurt ist nicht so schlimm, als wenn auf der Regenbogenbulle mal spielt. Da ist das derbe Scheiße! Na, ist bereit! Fehnadi ist activated! Nein, Fehnadi! Popschutz! Richtig zum Poppenwart! Nein, Fehnadi! DONG! Scheiße! Richtiger Fehnadi, Alter! Guck mal, Softbox! Mach an! Ne, ich mach an! Sein Vater brückt mich um. Fehnadi! Fehnadi! Muss ich mal machen! Ja, dann Malin und der Max! Und Kevin! Und Kevin! Und Kevin! Und Fehnadi! Hurra! Ra! 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 Mit Bewegungssteuerung! Ohne Gas! Junme Schauer! Immer noch den Punkt aufstehen, Alter! Das war nicht fair! Ich habe nur als weiter gewonnen! Ey, mein Vater ist da! Ich hau ab! Na los, pack deine Sachen auch ab! Ich muss mal vorn. Ich muss mal vorn. Ich muss mal vorn! Guck mal! Boah! Wie wirst du? Wie wenn ihr... Hey! Licht! Hat mal Zahnschmerzen! Das können wir gerne wennen. Die haben ja noch fehlen, Addi. Gehst du in die Schuhe? ja das ist dein glückstag guck mal welche strecke ich war gar nicht spiel abgeschmiert ich glaube wir ohne wir fahren mit so einem teil wieder müsst euch mal reinziehen was ist das denn da musst du nicht gas geben hier sind items und dritten mussten so musst du hier über die scheiß teil da hast du jetzt das ding so fest du fährst man fährt einfach so was so joystick hier tasten zu fahren mehr machst du nicht mehr ist das nicht ja dann machst du so hey ich hab stoff so einmal her ich hab stoff ja alt f4 als stimmte sind da noch als wir mit dem wackeleitende von kippen das naturrat ist wo ist mir schluss dran ja ich habe mich mal kurz in die konsole von nintendo gehockt ja 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 geht nicht Ich kann nix machen, ich spür's abgeschmiert Jetzt haben wir halt scheiße, es macht auch egal Wie war dein Tag? Beschissen Alles klar Wie war dein Tag? Beschissen? Okay Wie war dein Tag? Ich hab gepennt Bin schlafen gegangen Hab gegessen Hab wieder gepennt, mach kacken Hab gepennt aber hab geduscht Ich bin jetzt richtig, bin aufgehacht, hab gegessen Geschlafen, bin aufgewacht, hab gegessen Geschlafen, bin aufgewacht, mein ganzes Leben Nix getan Das war mein Tag, mein Leben Beschissen Was für die Eben des Kevins? Wie heißt denn? Kevin And I'm on the... Did it, did it, did it, did it And always look on the Kevin's side tonight Wir können nicht, wir sind in der Aufnahme Hi Papa, wuuuuh Ich hab sogar gepennt Special Guests Du weißt Guck mal, da gucken wir zu Guck mal Da, da musst du gucken Da, in der Lücke Man sieht nichts Man sieht nur in Schwarz Ja guck mal, man sieht nur ein Finger Ich glaub mein Spiel ist abgeschmiert Wie steht das Spitz? Wir sehen uns gleich Hallo und willkommen wieder zu Mario Da vorher Da hat alles stehen geblieben Und ich weiß zum Teufel nie, weil die Summon mussten dort beenden Und ja, haben noch einer rein gespielt Jetzt wird alles hintereinander geschnitten Wir gucken, der hatte schon grad Probleme Weil gerade bei uns die Datenübersprung Die ganze sind wieder abgeschmiert Und dann ein Dachf-Problem Und dann das Problem Nein, da gibt's auch kein Problem Ich hab auch kein Problem Nein, hier habe ich schon wieder Im Ausgedick'n, auch nur beinah' Aber noch mal Guck'n, meine Pupillen sind meistens grün gemäß und wir haben jetzt hier da green screen da haben aber ein gekehrt der hätte das samt der weg das ist so hätte ich so mit mann georten meine alte wälder ist schaust mein koppel sind wir koppel weil der stachypanzer schlägst mal spieler mario kadacht dann sage ich dem recht ich meine das andere recht links anders links machen wir wirklich die challenge blind spielen gucken wir besser ist von links nein das andere links welches denn jetzt kennst du aus wenn usb dreimal drehs besorgt reingeht es ist das moment der max in die nü er fack da es ist das moment der max in die nü es ist das moment der max in die nü ich bin fertig feinari feinari für die win ey ey boi was die fang du bist ja ich hab die am penner ich hab die am penner du brauchst die karte ja 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 echt extra das ging so hin und die guck mal passiert jetzt guck dir das an ey ey doch schon mal kann man die faulspieler nicht unter guck dir das an der fernstu ist immer noch besser als ich ja der fernstu ist immer noch besser als ich doch schon mal kann man die faulspieler nicht unter ich bin der safe auf der fernstu ist immer besser das war so ein Backspiel nein motherfucker Waluigi waluigi waddudu wua wua gus Ich war wohl alleine! Ich war wohl alleine! Why? Also hab ich das nicht aufgemacht und ich schnappelgegangen hab ich nicht übergedreht Ich muss noch so hoch Ich muss mir gerade Spaß ohne Gas geben Nein, das ist so vieles Mann, Alter! Ich hab die Spielerweißensucht Hast du zu der Hand? Ich hab das nicht aufgemacht Ich hab die Spielerweißen und ich hab das nicht aufgemacht Und ich hab die Spielerweißen Ich hab die Spielerweißen Ich hab die Spielerweißen Tja Sehnter Ich krieg noch 2 Ich glaube ich bekomme da einen T por gan Nee Ich denke noch zu viel Du in eine Autos D discord 2.1pl die fresse er hat die fresse war jetzt noch nicht schon von wagen rotzen max willst wissen was will er wissen Jetzt, damit da bist du. Max will's wissen. Max will's wissen. Wo kommt eigentlich die Scheiße her? Wie wird ein Wundrum hier? Scheiße, dein Name steht da sogar. Dein Name steht da. Der Name ist Mii. Da steht Feen an. Scheiße. Schwarze Walden. Schwarze Walden. Wieso? Wir mussten leider den einen rauskacken. Weil er über, überm Rötter ist, äh... Da war schon mal so. Piep, piep, Walden, piep, 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 piep. Aber ich dachte, piep. 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 Kleiner... Dreckiges Kind. Pieinfeld. Pieinfeld. ... ige fork. Daneben, du hirrschmacken! Ne, Trommel waren ja nur eingeschmissen. Ich bin Sechster, ey, Alter! Komet! Ich hab kein Item bekommen! Nein, Leute! Ich bin Sechster, ey! Ich bin Sechster, ey! Ich bin Sechster, ey! Ich bin Sechster, ey! Ah, meine Bären hat man so Hunger. Das war ein Tricky-Kollegen. Wurde er mir einen Headshot geben, Alter. Ja, das ist schwierig so. Die Richtung! Nein! Was? Die Kärren! Es geht? Du weißt, was du keines? Nein! Nein! Was ist hier? Sieg! Ich weiß nicht, wie lange wir schon aufnehmen. Ich glaube, zwei Runden machen wir noch. Ah, Sieg! Wurde geheilt! Sieg! Wurde geheilt! Wir spielen Termine. Das ist genauso wie bei Plug-Ink, wenn du einfach mal eben kurz seine Krankheit ziehst. Ich rotte sie alle aus! Aber sieg ich verlieren! Sieg wurde geheilt! Ich rotte sie alle aus! Na? Bin Diktator over the world! Das ist wirklich so. Diktator over the world. Das ist wirklich so. Diktator over the world. 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 Wasf?! What the fuck, I do it?! Come they over here! Ich komme komplett auf dem Boden sitzt, ey. Das können ich immer auch, Heroes. Eh, du kannst oben so! Ich komme nicht bei! ich spiel so ich habe ihn gehitler hat ich habe ihn gehitler so spiel ich jetzt immer zu hier ist die hier ist die 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 Oh Oh Schaf zu dir gewann wir WTF are you doing? WTF are you doing man? You are fucking kidding me Oh my god Aber Aber Ruche Ruche Scheiße Brrr Are you doing Brrrrra Happy Birthday Happy Birthday Hey Scheiße No No Nein Und Doppel Nein Wo hab ich denn kein ITM Immer diese deutschen hier alter Bier Schmetterling Schmetterling Bier Bier Und der Hals koste Und der Hals koste Tschüss Franz 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 Halt die Maul Tschüss Ihr Sackis Ja Keep talking Hairster I'm Komm 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 Ich bin auf die Ziellinie geflogen Ganz klein Ich wollte Väter werden Ich wollte Väter werden Ich wollte Väter werden Ja Ich hab die Krone auf Ich hab die Krone auf I'm the motherfucker Dumm Ich guck mal wir haben Badass Zwei Bärs Zwei Bärs Wir haben zwei Bärs Schwarzer Schalke Spiele und Max Weißen Schalke KA Ich hab Zahnsperzen Weiß gewinnt immer Weiß gewinnt immer Weiß nicht auf Weiß den ersten Zug Ja Weiß gewinnt nicht immer Je nachdem was für eine Strategie Du bist Je nachdem wie Fett du drauf wichst Hallo Ja? Blablabla 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 Blarblah Bist du das? Bist du das? Bist du das? Bist du das so? Bist du das so? Bist du das so? AAH NICHT! Bist du gar nicht immer noch hin zu bestand? Ich muss die und stecken die beste Flüge auf. Kaerle, ciao. Brüa, brüa Er ist voller stolz Er ist voller stolz Er ist voller stolz Ich hab ihn erst mal weggemägt Biss 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 Nice speed. Come on, baby. Nein. Nein, no touch. Ich hab kein Item bekommen. Ich hab kein Item bekommen, ich wär fast Erster geworden. Ich hätte kein Item mehr bekommen, weil er so scheiße gelenkt hat. Scheiße. Ich hab nur roten Bannsack. Ich wär Erster geworden, dann hätte ich die... Fick da, Nintendo. Ich will nie mehr die Pille... Rote Panzer sind Assozi. Rote Panzer sind Assozi. Oh, so Nuckelpulle. Oh, geil. Rote Panzer sind Assozi. Die sind genauso wie der Raketen. Na, Assozi. Assozi. Das Spiel. PING! Product placement. Äh, was spielen wir denn? Ich hab immer hinter geile Hintergrundgeräusche. Haro, Wichser... Habe, was denn jetzt machen wir... H уаа. H a 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 b a b a b a b b a b b b. Hallo meine Freunde, ich bin jetzt nur noch ein... Oh nein, der Arschloch ist wieder da! Wolfpack Abyssus 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 Steffen Fuck Guck Heuhe 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 Nein! Ich hol das durch! Scheisse Dienste Ja, geht zurück. Weil ich ihn gekauft habe. Du bist ja loslieb. Weil ich ihn gekauft habe. Ja, sie können doch nicht. Ja, geht zurück. Ein Jahr, geht zurück. Jussu. Das ist deutsch, ne? Das ist völlig stark. Oh, Bommel. Die verneutelte Kamera-Arabang. Nein, das ist gut. Es geht, es geht, es geht, es geht. Ah. Ich kann nicht ganz. Pizza? Oh, Mist. Pizza? Das war ja auch gerne. Ja, 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 ja. Ja, ich würde eigentlich gerade noch nie vorbei. Nein! Schw�! W racontageratek Além. W codkaterektivale Sula Ja, du bist... Oh, das ist so gut. Aber ich bin erster. Ah, ich hab die goldene Krone umlaufen. Mario Kart König! Martin ist um Latin America. So zocken? Wie kann man so zocken? Eigentlich müsste man ja so besser zocken. Ich muss mal so CSGO spielen. Jetzt muss ich mal CSGO spielen. Martin ist der erste, der Martin kann das. Frikty, verpiss dich, du Peniskopf. Tschüss. Und man hat die Krone aus und damit bedanke ich mir fürs Zuschauen. Das ist nicht für mein... Gebt jetzt her. Wie behindert kannst du sein? Damit bedanke ich mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da, lasst ein Kommentar da. Bis zum nächsten Mal. Mario Kart 8 online. Mit Fehn-Adi und so. Haut schon. Haut schon. Da? Tschüss. Betrinne.